Manu, der Prelau voriges Jahr, der war schon gut. Der Ball und der Öffnungsheilung, das war ja das Highlight. Der herrige Ball, der war erst interessant. Hoffentlich gibst du dir das einen guten Bein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Ball und der Öffnungsheilung Hoffentlich, kommst du wieder so einen guten Bein. Hoffentlich gibt es wieder so einen guten Bein. Ja.